Kanten Schilcher Gefährlich und Tor Ari Hahn mit Nummer 15 1 zu 0 Da wurde Sepp Meyer von seinen eigenen Spielern behindert sonst hätte er diesen Ball wohl sicher oder überhaupt nicht sicher fangen können Tor ein herrlicher Schuss ein herrlicher Volley-Schuss nach der verunglückten Abwehr Kantenburg Beckenbauer Rolls 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 und Tor in der 70. Minute Noch einmal das Spiel ist auch nicht wieder angepickt ein herrlicher Volley-Schuss das Spiel ist auch etwas behalten aber erfolgt bei dieser Mannschaft die nun ist sehr plötzlich dann umscheißen kann Tor da haben sie es Kreuz 4 zu 0 in der 88. Minute da kam nun wirklich die Bestätigung für das was ich eben sagen wollte schön ja sch Bis zum nächsten Mal.